Du bist in meinem Traum. ...deutlich deutlicher wird's hier. Bei 40.000 Metern Höhe oder auf Satellitenaufnahmen der ISS. Aber solche Beweise stören hier keinen. Die Theorie kursiert trotzdem durch mehrere Generationen. Bist du in der Schule? Ich werde zu Hause unterrichtet. Willkommen in der Fake-Station ISS? Na, ist da etwas schiefgegangen? Das Teil scheint in der Schwerelosigkeit nach unten zu fallen. Bumm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020